Gérard Pieck lässt mit Söhnen bei Fußballspiel baumeln. Gérard Pieck, 35, liebt den Fußball und seine Söhne lieben ihn auch. Der einstige Kicker galt als einer der besten Verteidiger der Welt. Erst Anfang des Monats kündigte er an, seine Fußballkarriere an den Nagel zu hängen. Nichtsdestotrotz liebt er den Fußball nach wie vor. Mit dieser Liebe scheint er auch seine zwei Söhne Milan und Sascha angesteckt zu haben. Gemeinsam ließ das Trio jetzt bei einem Match die Seele baumeln. Im Stadion Camp de Futbol Prada de Moles in Enkamp in Spanien verfolgten Vater und Söhne gespannt das Spiel zwischen dem FC Andorra und dem Club de Porte Evolugo. Gérard saß in der Mitte seiner Jungs. Die drei Männer wirkten sehr vertraut miteinander. Der 35-Jährige wurde von Paparazzi abgelichtet, als er seinen Sohn Sascha zärtlich umarmte. Erst im Juni hatten Shakira, 45, und der Sportler ihre Trennung bekannt gegeben. Anfang dieses Monats unterzeichneten beide eine außergerichtliche Einigung über das Sorgerecht ihrer Kinder. Shakira wird mit den Jungen nach Miami ziehen. Dort hat die Sängerin früher gelebt und erhofft sich eine geschütztere Privatsphäre als sie die bislang erhält. Äußerte sie in einer Erklärung, auf die sich Mail Online beruft.